Video auf Falkings TV. Wir zocken mit meinem Cousin Eren und Julian. Abonniert ihn alle auf YouTube. Noch zwei Abos, dann hat er die 50. Also Leute, ich weiß nicht, ich werde heute auch los. Kommt alle zum Stream von Julian auf Twitch. Ich werde heute auf Twitch, ich heiße da, ähm, ein großes R, A, Z, 3, N, I, T, E, TV. Abonniert ihn alle. Julian ist so ein, ihr müsst ihn abonnieren. Weil ich stehe kurz vor den 50 Abonnenten. Ich stehe kurz vor den 20. 2 Abonnenten. Weil ich, Julian hat mich gepusht und, und jetzt will ich her. Hey, hör'n die mich jetzt, hallo mein Name ist Barry. Ok. du hast das video ja ich hab nichts da er ich bin tot nicht gern ja das der nicht nein bruh was der scheißen wird erstmal Adam Dagen es gibt dir die gleiche nein wie gesagt kommt alle zum stream von julian also ich bin da nur zuschauer ich werde mir dies gar zurück erobern was in diesem haus war keine einzige kiste auch nicht ja immer noch auch mann alter hör doch auf zu fragen nein auch mann dort gepackt ob ein video macht er hat gesagt ja und die fax machen leid es gibt warum sollte ich nein ich muss dem was bieten zu lassen dass und dann auch immer zu lassen meinst du immer ja ich darf nicht beleidigen oder nein eigentlich gar nicht aus der partie sonst kriegst du einen tricke weil zum besten auf unser live stream wird gesperrt nein so was habt ihr gemacht naja musik geh mal hä wir müssen doch 187 bestimmt so oder nicht nein was geht ab du tue ey da lag nö ich möchte alle teilern ich möchte alle teilern und es ist alles alles da alles noch mal zu leute abonnierst teilern auf die leute er hat er nicht verdient er hat er nicht verdient und julian hat die 50 verdient ey teilern ich bin mit dem baust den wir auf den baust ja dann ist gar meine stars super alle alle vorstieg ich irgendwie abonnieren das beste kanal ever und abonniert doch alle fortbrot sofort wie heißen das hat mich ich hab's erst eben erfahren danke ein jojo er hat mir gesagt machen wir wieder auch vor weil du hast 46 Abonnenten ich hab nachgeguckt 46 Abonnenten danach muss man den 50 50 Abonnenten 50 Abonnenten bis mehr ein bisschen die schau ja ich weiß doch einig ist doch ein spiel ja ich habe schon so wenig ist gar Ey, der hat die zwei neuest... die zwei besten Dacke. Ey, Leute, mit der kann man ja voll gut zielen. Ja, ach nee, der stinkt da richtig zu tief. Der kann immer auf den Kopf ziehen. Das ist nicht so wie ein Sniper Schuss oder so. Der, der geht direkt auf den Kopf. Ey, nimm die München da, nimm die München da. Ja. Oh mein Gott, Alter. Drei Kills. Drei Kills. Leute, die Pistole, also die mit Schallgedämpfte, ist so wie, äh, eine normale Salve. Ey, gibt es nicht bei, ähm, im Internet so ein Live-Ticker? Doch. Ja. Teil dann vor dir. Töte ihn mit Pistil. Töte ihn mit Pistil. Töte ihn mit Pistil. Ja. Die noch mit Pistil. Ja, das ist rift. Rift, Thailand. Verben, verben. Ja, brennen wir erstmal. Ja, oder ein Miniship. Miniship ist auch gut. Pass auf, er baut drei Töte, Thailand. Würde ich von oben pushen. Nein. Ähm, piek, ähm, ja. Ja. Abbasis erkämpft, erkämpft so krass. Oh mein Gott. Thailand fällt fast knapp. Der fällt fast knapp. Nein. Scheiße. Einer geht noch ein. Einer geht noch ein. Also Leute, ich will mich jetzt nicht selbst pushen oder so. Aber ich will es nur einmal sagen, schaltet heute alle bei meinem Stream ein. Wie viel Uhr? Zwischen 5, 6 und 7 Uhr. Ich glaube zwischen 6 und 7 Uhr Stream. Ja, der Black Poster ist auch dabei. Leider. Ja, leider. Los, abonniert alle Juli auf YouTube. Abonniert diesen Kanal, Leute. Und Juli. Er hat es verdient. Und Leute, eine Sache noch. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich euch ebenfalls. Ich auch. Ich hab jetzt eher so von Adam erwartet. Ich nicht. Ja. Alter, das Video muss ich hochladen. Ja, egal, ich muss auch, ich muss auch, ich muss auch freundlich werden. Ich bin so schön. Komm, ey, ey, wie viel verdient ihr schon? Euro, ne? Ich verdiene 90 Milliarden pro Video. Alles klar, ich verdiene noch kein Geld für die zu. Ich verdiene noch 10 Euro oder so. Immer 10, 10 oder 50 Cent. Ich werde zum Kiosk einer, ich muss um die, Tachstellung, die Ecke. hat sich mal an seite als die mode thailand du hast es verdient ich und julian ging durch stick und wir hatten die jetzt nie wieder beste freunde ich glaube da mache ich ein zwölf stunden stream bei 50 abos doch nicht mitmachen obwohl ich auch keine lange Wir pushen dich auf Null Abonnenten. Ja moin Leute, hey Kommentare, wie ist das? Nein, 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 so gehst nicht mehr weiter mit dir. Ja, bevor das Video noch gesperrt wird. Happy birthday to me. Er singt auch noch Happy birthday to me. So witzig. Ah, auf mich mit der Schosse, nicht da. Oh shit. Ah, der reicht mir. Er finischt nicht. Komm Leute, Thailand ist unser Arzt. Revolver, Revolver Pro. Nein. Eren, Eren. Ja, Eren muss schaffen. Digga, von allen Seiten. Hinter dir, hinter dir. Hehehe. Ja, ich bekomme nichts machen. Okay, ich mache nichts. Der letzte Wille. So, meine letzte Runde. Girls. Warte, ich mach auch ein Wigel. Ja, mach die, f***. Leute, bastelt ab. Superman, baby. Hehehe. Ey, Eren. Hä? Hä? Gleich wirst du gekickt. I like it. Welcome back jetzt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mit MC Taido FIFA. Von dem Kanal Popkins TV. Hallo, Freunde. Und mit Bibi im Twitter Palace. Und Bibis Beauty Palace. Was geht? Heils geht. Und ja, Leute. Ich werde heute zwischen 6 und 7 Uhr auf Twitch-Street. Und ich wollte mich einfach nur mal bedanken. Ich hab fast nicht kurz die Abonnenten erreicht. Mit Bibi. Abonniert alle. Fort Bros. Sofort. Abonniert mein Kanal. Und Katja. So. Abonniert alle meinen Kanal. Und den Kanal von 4Kings TV. Sie haben echt die 20 bis 50 Abonnenten verdient, weil... Einfach mal. Abonnent hat doch schon alle Millionen Abonnenten verdient. Also alle Abonnenten. Er kommt mit Abonnent. Ey, warte, ich stumm ihn kurz. Nein, okay, ich hör auf. Ich hör auf. Ich hör auf. Guck mal. Warte. Der beste YouTuber der Welt steht direkt vor mir. Oh nein, der beste. Der es am meisten verdient hat. Der es verdient hat. Ey, Teilmann. Schleischwerbung. Abonniert mich und Julia auf YouTube. Ja, und mich auch, bitte. Abonniert Adam nicht auf YouTube. Was für Pecher. Bei 50 Abonnenten gibt's ne 2 Stunden Film mit Juli. Doch Leute, ich kann Adam auch gerne abonnieren. Wie heißt du eigentlich? Bibis Beauty Palace. Wie? Bibis Beauty Palace. Ihr abonniert alle Bibis Beauty Palace. Nein, deswegen muss das Video gesperrt werden. Ich kann das auch nicht sagen. Vielleicht siehst du so. Ich kann das nicht sagen. Teil nochmal. Ja. Allein wegen diesem Video muss das Video gesperrt werden. So Leute, Julian streamt von 6 bis 7 auf Twitch. Sag mal, wie du dort heisst. Nein, zwischen 6 und 7 fang ich an. Ja, so zwischen 6 und 7 fängt er an. Sag mal, wie du dort heisst. Leute, immer weiter liken, immer weiter liken. Warte, Julian soll sagen, wie er heisst. Das kannst du ruhig sagen, das kannst du ruhig sagen. Wie heisst du auf Twitch? Ja, ey, glaubst du mich gestorben? Sicherlich. Was lauerst du? Juli, sag mal, wie du auf Twitch heisst. Ich schalte auf Twitch-RaisenalTV. Ich schreib's dir gleich, Tyler, wie ich auf Twitch heisse. Dann kannst du's ja in deine Beschreibung packen. Nein, Titel. Ich schaute alle beim Livestream von Julian vorbei. Ja, mach's dir. Aber erst das Video anschauen. Ich muss euch abonnieren. Ich muss euch einfach mir lesen. Du in Fliege, Tyler. Oh shit. Ich schalte auf Twitch-RaisenalTV. Ich schalte auf Twitch-RaisenalTV. Und ich schalte auf Twitch-RaisenalTV. auf abonnieren nach herrheit soll eigentlich ja ich jetzt mal ernst gemeint die bislang nicht nein ich habe mich nicht wenn ich nicht leute sagen werde ich ihn pushen leider hat er sagt sogar von sich selber leider die neue waffe keiner will mich pushen ich weiß irgendwann dann habe ich ja meine 14 abonnenten aber ich rechte leute und präzise präzise habe nur eine piste so nicht sterben ihr schnitzel ja ich habe auch drei kisten in meinem hausgarten ich gehe will ab und ich glaube jetzt kein gegner oder da liegt oh mein gott in der villa ist eine ska glaube ich oder du bist die ska wird mir die ska wird mir bitte gibt mir die ska nein für die ska nein ich will ich danke schön ja ich habe ja nur die ska sonst habe ich nichts ja bei wem wurde gebaut bei wb du hast du hast mir mein leben abgezogen vor alle die knapp wiedergegeben dankeschön bau er dann bau bau er dann bitte bau vor mir er denn bitte ja wo ist denn hier bau schnell bau einfach aufbau sterne bau doch bau doch du musst bauen Ja, hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch Schnell, schnell, wieder belebt mich einfach Ja, bau du, Julian, bau dir Nein Bau! Bau, wenn er bau Stil Warte, keiner, ich hab das Ende Ich gucke, ob er pusht Versuch ihn mit der Waffe zu snipen Keine Ahnung Er wurde gerade selber gesnipet Ich gucke auch, ob er kommt Ah, die Ja, die pushen, die pushen Die pushen, glaube ich Boah, Digga Nein, da hat er was Aber da hat er Da ist er Nein, RIP 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 in Piss Das ist der beste Also, sind wir nicht gut, Leute, sind wir nicht gut Immer weiterlaufen Die letzte Runde für heute Ja Ja Und ja, Leute Ja, und danach Kannst du das Video hoch Ja Ja, wann Ja, gleich Ich hab gern gesehen Ja 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 er hat die juli juli was machst du da ich denke an vorstelle ich habe solo gestartet ich dachte ich habe euch in der lobby ich komme ich komme rein ich komme rein ich komme rein ich verlasse kurz lad mich ein was ich glaube ich habe in kopf selbst geschrien unter die texte war schon mal das wie einer flex die die Eben Eben Hast du dich auch geangestellt? Ja klar Eben 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 Ja Tritt uns beide bei Nicht aufhören Last round Ja Oh Alter Also Ich werde es besagen das tausend mal aber Abonniert alle Juli auf Youtube Bob Frost TV Ich? Nein weil wir telefonieren Egal Deine Piste Hey die kommt neben Tja Es ging Ey Julian du hast 845 Warte Ich will der 50ste sein Ey Gib mal kurz Telefon Na dann geht das so dumm Ey Nein ich muss Julian abonnieren Also Leute Leute Ich möchte der 50ste sein Ich möchte Läuft eure Teil noch Eure Sender 3 2 1 Welcome back to the next video auf diesem Kanal Mit Leute MC Tailu Pizza von dem Kanal Forkings TV Hi Und Niemanden Ja Oh Nein mit Er Ich bin der Kugel Alter Aber Von Tyler Von Tyler Und ja ich werde heute auf Twitch Zwischen 6 Und 7 Uhr streamen Ich weiß nicht wann ich anfangen Zwischen 6 und 7 Uhr Später Und keine Ahnung Bisschen langes streamen Und morgen Ich werde ich auch noch mal ein Morgens streamen Nein bin ich nicht Und ja Die regen mich gerade alle auf mit ihren Einladungen Dann stell dich auf Ich bin der 50ste Abonnent Ja moin Ja Ja bin der 50ste Ich bin der 50ste Nein hör auf Ja die abonnenten Ja die abonnenten Nein dann bin ich oder was sie machen Ey nein Mach nicht diese Nein ich mach noch nicht Also ob ich jetzt 50 Abos hab Ja Hab dich kurz auf 4 Auf mein 5 Accounts abonniert Ich kann Lala Wer ist ein Ehrenmann Ich bin ein Ehrenmann 50 Abonnenten Da Frank MC Tailu Na ich baas Ich hab die Gnacken Ich hab die Gnacken Ich hab die Gnacken Ey nicht sterben Kannste ehrlich ein epische granatenwerfer was liegt da epische granatenwerfer und die epische pistole ich gehe nach dem dorf würde kommt zu mir ja warte nach dieser runde ich will jetzt wissen ob du wirklich 50 abonnieren abonnenten auch fortkicks geht auch 50 abonnieren fortbros nee jetzt hast du wieder nur 49 kann nicht sein jetzt hat er wieder 50 weiter hat 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 ich nicht töt ihn, töt ihn, töt ihn, er ist auch auf Kotz nein, schade tschau Leute, das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und tschau